Hier sind wieder Geoff und Andi von AngelMagic und willkommen zur AngelMagic Review. Heute haben wir Blaze von MS Magic und von wem noch? Von Magic. Wir haben natürlich, genau, was ist Blaze? Blaze ist eine aussehend wie eine normale Kerze, aber elektronisch funktionierende Kerze, die auf Knopfdruck eine Flamme an- und ausschaltet, funktioniert mit Gas und einer, wie heißt es? Lichtbogenzünder. Kannst du dann gleich noch mal sagen, wie geil du das findest? Ich finde das super, weil es gibt immer zwei Arten, um Feuer zu entzünden bei Zauberartikeln. Früher war es immer diese Spulen, die dann Pyropapier entzündet haben und dann kam das Feuer. Das hatte immer den Nachteil, dass es halt so eine leichte Zeitverzögerung gab, weil die Spule erst mal heiß werden musste. Und hier geht das halt wirklich ohne Verzögerung und das finde ich gut. Genau, also ihr drückt auf den Knopf und diese Flamme geht an, diese Flamme geht aus. Das ist auch ein wichtiger Punkt, dass die wieder ausgeht, weil es gab schon öfter so Kerzen, die auf Knopfdruck angehen und die geht auch wieder aus. Das heißt, ihr könnt diesen, das ist ein paar geile Ideen, dass man halt mehrere davon hat. Ich meine, das wird teuer, aber dann kann man halt die auf Zuruf ausmachen. Genau, oder beziehungsweise halt eben, ja, ich habe vorhin diese, äh, können wir später nochmal auf die Anwendung. Ähm, also noch wichtig, wie gesagt, mit Feuerzeuggas. Ihr könnt auch einstellen, wie groß die Flamme ist, wie klein die Flamme ist. Ist halt super für Manipulationen. Ähm, du hast ja auch schon angemerkt mal, ähm, dass es halt eben nicht so was, was ihr am Körper verstecken könnt, sondern wirklich so ein Taster wirklich ist. Ja. Also was man vielleicht irgendwo unter dem Tisch verstecken kann oder einem Praktikanten ergibt, der dann auf Knopfdruck drauf drückt. Genau. Ja, ähm, wir packen es jetzt halt eben nicht aus, weil, also wir sind beide der Meinung, dass es so auf kurze Distanz, wie jetzt hier oder halt eben auch im Closer-Bereich, ähm, zu sehen ist, dass es oben nicht gänzlich eine echte Kerze ist. Genau, es ist kein Docht, es sind, ja, ich glaube, sagen kann man schon Drehde quasi, die man sieht. Also der Zuschauer würde sehen, dass das keine normale Kerze ist. Ob er dann das gleiche Gimmick dahinter vermutet, ist mal dahingestellt, aber man sieht, dass es kein Docht ist, dass es eine spezielle Kerze ist und deswegen ordnen wir es auch ganz klar ein als Stage-Prop. Weil auf der Bühne ist das überhaupt kein Problem. Im Closer-Bereich würde ich es nicht machen, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich finde es auch komisch, im Closer-Bereich zu den Leuten an den Tisch zu gehen mit einer Kerze. Ja, vor allem mit so einer großen Kerze. Ja, genau. Hi, ich bin der Zauberer. Oder eher so ein automatisches Teelicht irgendwie, aber keine Ahnung ist was anderes. Ja, das wäre praktischer. Ne, aber, ja, wie gesagt, auf der Bühne kein Problem, auch insbesondere, wenn man es ein bisschen ausrichten kann. Hat natürlich schon was für sich, wenn man Harry Potter-mäßig so seine Hand drüberwedelt und wieder zurückgibt ja diese eine Szene. Ich war schon öfters mal so der Fan davon, dass man so quasi als YouTube-Video Harry Potter-Szene nachgestellt als Zauberer. Und dann wäre sowas perfekt, so quasi, wenn Dumbledore seine Hand drüber macht und wieder zurück. Ja. Das geht an und aus. Das hat schon was. Wer vergleitet sich als Dumbledore, ist die Frage. Wer hat den besseren Bart? Ne, kein Problem. Okay. Ja, das ist schon ein cooles Prop. Ich meine, optimal für den, der halt in seiner Bühne schon irgendwas mit Kerzen, eine Kerze sucht, die er einsetzen kann, der wird hiermit absolut nicht enttäuscht werden, würde ich jetzt mal machen. Ja gut, wir haben es jetzt vorhin auch gesagt, wir haben ein paar Magic-Member oder zumindest einen, der in so einem großen Kabinett ist. Da könnte man das auch im Closer-Bereich machen, wenn man quasi die Umgebung hat und außen rum stehen überall Kerzen und man macht, ja, Magicians-mäßig so, hey, such dir, zeig mal auf eine von den drei Kerzen und dann für eine. Und dann macht man die Kerze aus und wieder an, was halt eben, ihr wisst ja, was ich meine, da könnte man noch sagen, gut, das ist im Close-Up-Bereich, aber groß gespielter Close-Up-Bereich. Ja, nicht verifizierter, also von uns nicht verifizierter Vorschlag von Peter von Magic Shop, er meinte, man könnte auch einen Docht hinbauen, damit es halt... Aber dann hast du trotzdem die Drähte. Ja, deswegen nicht verifiziert, wäre ein Bastelprojekt, wollen wir mal nicht garantieren, nur als Gedankenanstoß, um es halt ein bisschen auf die Distanzen ein bisschen zu verkürzen, vielleicht. Die Kerze an sich, jetzt mit Ausnahme von dem Docht oben, wirkt aber wie eine normale Kerze, die hat auch so etwas Wachsartiges drauf und man könnte auch, wie es schon gesagt wird, das Tutorial ist nicht lang, aber deswegen so mit Wachs nochmal ein bisschen drüber machen, damit es nochmal wachsartiger aussieht. Ja, genau, also das Tutorial, das sind 15 Minuten, es geht nur um die Technik, diese ganzen Routinenideen, die kriegt ihr jetzt hier von uns dazu, aber da ist nichts dabei, also es sind keine Routinenideen oder irgendwas mit dabei. Genau, man könnte sich noch verbessern, dass die noch schöner aussieht, wenn man das möchte, aber ich finde die von Out of the Box schon... Ja, wir hatten vorhin auch noch die Diskussion wegen zum Beispiel, ob man Rex Ignis damit, wenn man es auf der Bühne macht und man könnte auch auf der Bühne auch jemanden beispielsweise die Augen verbinden, das wäre so meine Idee sowieso gewesen mit Rex Ignis, dass man quasi dem Zuschauer die Augen verbindet und ihn dann quasi, er weiß nicht, dass er über einer Kerze ist, sodass er eben auch den Docht nicht sieht. So könnte man das trotzdem einbauen und dann hat das natürlich schon was, wenn du halt eben anstatt, man kann natürlich wegen, wer Rex Ignis hat, trotzdem sagen, normalerweise machen wir das mit Streichhölz und da war es Zauberer und man wäre trotzdem in diesem Setup drin, die, die Rex Ignis haben, wissen, was ich meine. Und man wäre halt eben dann da drin und da hat es natürlich schon was Magisches, wenn man halt eben, ja, auf Kommando eine Kerze an. Jetzt fällt mir eine gute Intro, wir hatten es vorhin, ob das mit Invisible Touch zusammenfasst, was ich cool finde, du hast diese Kerze an der einen Seite stehen, du hast die gleiche nochmal, normal, die brennt, die andere nicht und du nimmst die, die nicht brennt, pustest die, die nicht brennt, aus und trotzdem geht die andere aus, weißt du, du pustest an der einen und die andere geht aus und dann machst du es mit Menschen, dass du den berührst und der spürst. Ich wollte gerade sagen, bläst du den einen und dann, oder andere spürst, oh Gott, oh Gott, das ist mir. Das gab es doch auch von Morgan Straddler mit diesem Pusten, oder? Ja, ich weiß schon, ja. Aber pusten, reden wir von pusten. Okay, ich denke, oh mein Gott. Okay, komm mal zur Bewertung. Deutsche Sprache, Alter. Ich gebe dem Ganzen acht Punkte. Ich finde es super, wenn mich irgendwann mal die Bühne ein bisschen mehr ausarbeitet, dann würde ich das ultra gerne machen. Sieben Punkte von mir, ich finde es geil, es hat aber Luft nach oben. Ich hätte mir gewünscht, dass es auch aus der Nähe besser zu sehen ist, also nicht zu sehen ist. Ja, schreibt uns doch mal in die Kommentare, welche Ideen ihr mit dem Effekt habt und welche Punkte ihr dem Ganzen geben würdet. Und das war Blaze von MS Magic. Zur Mitte der Review, es ist wieder Lucky Wheelzeit. Und wir haben von Magic Shop was zugeschickt bekommen, was tatsächlich noch nie so gut ist. Ich schmeiß mal an. Ja, es ist Teenage, es ist von Scott Alexander, es ist eine Karte zu Impossible Location, nämlich einer kleinen Dose. Und gewonnen hat Nummer... 71. Und wir checken mal kurz die Nummer 71 ab. Das müsste sein... Was heißt das müsste sein? Wir wissen es nicht. Das ist... Sven He. Sven He. Wer auch immer sich hinter diesem Abkürzung verwirkt, du hast es gewonnen. Schreib uns auf irgendeinem Social, sonst schreiben wir dir. Und ja, viel Spaß mit diesem Produkt. Danke nochmal, Magic Shop. Und wir gucken uns das nächste Produkt an, was uns Magic Shop mitgegeben hat. Bis gleich. Als nächstes Produkt haben wir von... Also natürlich von Magic Shop, aber produziert von Murphys Magic Color Match von Tony Anverde. Es ist diese Anverde-Serie, die ja im Prinzip Klassiker irgendwie professionell auflegt. Zum Letzt kamen Mental Dice und dann Mental Dye, den wir dann nicht mehr reviewt haben, weil es dasselbe ist aus dieser Serie. Ja, was bekommt ihr? Ja, ihr habt sechs verschiedene Stifte und Andi, pass auf, ich drehe mich mal weg. Kannst du dir bitte mal irgendeinen von den Stiften in die Hand nehmen und gegen deinen Kopf halten? Okay? Reib ihn gegen deinen Kopf. Ja, und du hast ja... Hm... Ja, weißt du, was die Farbe der unbefriedigten Frauen ist? Weiß ich, ja. Ja? Ist es violett? Ja? Hast du es gerade wieder schnell weggegeben? Okay, pass auf. Probier jetzt nochmal anderes aus, ne? Ja. Nimm noch eine andere Farbe. Andere Farbe nehmen wir nicht. Okay. Ja, okay. Ah, das fühlt sich mehr nach einer helleren Farbe an. Du willst wieder was Positives, es könnte gelb sein. Ja, das ist richtig. Perfekt, nimm noch eine letzte Farbe. Ja. Kannst du natürlich wieder eine andere Farbe nehmen wie die von den anderen. Hast du eine? Ja. Es ist eine düstere Farbe. Ja, düster, ja, es geht schon in eine düstere Richtung. Ist es schwarz? Nein. Was ist es? Rot. 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 Lege nochmal ganz kurz zurück. Ich möchte noch ein letztes Mal. Du suchst dir Farben aus, die nicht zu dir passen. Andi, nimm eine Farbe, die wirklich am besten zu dir passt. Die am besten zu mir passt? Ja. Ja. Hast du eine? Ja. Es fühlt sich hoffnungsvoll an. Ist es grün? Ist es grün? Ja. Fall ich grün, hätte ich in den Ohren bin. Oh, ach so, ja, gut. Ich habe jetzt an Hoffnungsfolge gedacht. Ja, wir können hier, das Schöne ist, wir können hier alles offen zeigen, weil auch der Trailer alles offen zeigt. Also ihr habt Stifte, in diesen Stiften sind Sensoren verbaut und ihr habt einen Empfänger. Genau. Den haben wir jetzt da drüben platziert. Ah, okay. Aber wir können auch den, ja. Ja, ich bin nur gerade noch verkabelt. Also kriegst du das hin? Ja, Studio-Technik. Also es ist technisch perfekt umgesetzt. Es funktioniert zuverlässig. Sie haben sich Gedanken gemacht, dass auch wenn die Zuschauer sich umentscheiden, das Ding nicht ausgetrickst wird. Also von daher ist es, wir haben das nicht nachgeprüft, aber das fand ich auch zu witzig im Trailer. Es geht von der Signalstärke her über ein ganzes Fußballfeld. Mir ist die Routine noch nicht ganz eingängig, wie ich das über ein ganzes Fußballfeld performen soll. Also es ist halt eine Demonstration der Technik. Ist in Ordnung. Ich finde es immer witzig, weil so ein Argument ist jetzt, ja, ist jetzt kein Kaufargument, ein Verseh für mich, aber... Ja, aber man kann es ja mal sagen. Man kann es ja mal sagen. Man kann es ja mal sagen. Ja, es werden schon ein paar Mal die Diskussionen. Ja, aber dem und dem speziellen Kartendeck von Hugo Schellen kannst du das auch aus dem Raum rausgehen. Ja, ich weiß, Zauberer geht denn aus dem Raum. Ja, das ist genau dasselbe. Wir können jetzt auf der anderen Seite, warum soll ich denn von meinem Publikum auf ein Fußballspieler sprechen? Na gut, wenn du jetzt, keine Ahnung, wirklich auf so einem Tennisfeld halt eben bist und sagst, pass auf, nicht nur, dass ich meine Augen verbinde und Ding, sondern... Und dann telefonieren. Ja, okay. Lassen wir das. Lassen wir das. Ihr kriegt, wie gesagt, ihr kriegt ein Akust... Kein akustisches Signal, sondern ein visuelles Signal und ihr kriegt auch das durch Vibrationen, bekommt ihr das quasi mitgeteilt. Genau, die Stifte schreiben auch. Du hast es in der Preview ein bisschen falsch gesagt mal. Ja, stimmt, das wurde ich doppelt drauf hingewiesen von dir und von Bene, dass ich habe den Effekt falsch zugehört und ich kann euch auch sagen, warum. Den Effekt, den ich im Kopf hatte, den habe ich mal gesehen im Zauberkabinett. Bei uns gibt es so ein Zauberkabinett, gibt es von Dün und Zauberei, einen Abend lang und da hatte einer einen Effekt gemacht, wo man im Prinzip ein Männchen ausmalt, der Zauberer sagt immer, was ausgemalt werden soll. Aber in den Augen vom Zuschauer haben die quasi jede Entscheidung getroffen. Und du hast das auch mal ähnlich für mich performt mit der Picasso-App, falls ihr die kennt. Die ging in die Richtung und irgendwie habe ich im Trailer weniger geguckt und mehr gedacht und habe das dann falsch. Ich kenne das schon, ich kenne das schon. Ja, ja, das ist so, man ist dann so biased irgendwie. Wie auch immer, das war eine Drawing-Duplication in der Preview. Genau, es war eine Drawing-Duplication, ganz klassisch, die könnt ihr nicht machen. Nein, nein, falsch, es war eine Color-Matching-Routine. Es ist keine Drawing-Duplication. Eine Drawing-Duplication ist, wenn du genau dasselbe Bild nochmal mal hast. Aber das war ja quasi eine Color-Match-Routine. Schon wieder falsch. Ja, schon wieder falsch. Ihr seht, das ist nicht meine... Also ihr könnt keine Drawing-Duplication machen, weil ihr wisst nicht, ihr kriegt nur das Signal, welcher Stift verwendet wurde, aber nicht wie. Nicht, was ihr macht, das ist kein Kiech. Das stimmt, das ist ein großer Unterschied, das ist richtig. Und ja, ihr könnt dann noch viele andere Sachen mitmachen. Es sind auch wieder, ja, ich denke, bei Mental Dice war es genauso. Sie haben das Ding an viele wirklich Top-Creator geschickt und ihnen dann Routinen mitbauen lassen. Was ich nur sehr interessant fand, es sind alle Routinen dann von dem, ich weiß immer noch nicht, wie heißt der Kollege mit der Käppi, von Murphys, der die ganzen Sachen präsent, alle selber erklärt. Ich bin irgendwie davon ausgegangen, nach dem Name-Dropping im Trailer, dass Luca Wolpe und die ganzen Kollegen Manny Lindenfeld und so ihre Routinen halt selber vorführen. Tut jetzt nichts zur Sache, ihr bekommt denselben Content, aber es wird alles von Murphys produziert und dies ist halt mehr so die Ideen von denen. Ja, also wie gesagt, zum Beispiel eine, die wirklich hängen geblieben ist, das war halt eben dieses Voodoo zum Zuge. Man braucht halt eben dann quasi Matching-Shifte dazu und dann quasi nimm einen Stift und steck ihn in deine rechte Socke, in deine linke Socke. Also quasi müsst ihr nicht mehr was malen. Muss man schauen, man bräuchte dann theoretisch einfach ein zweites Set dieser Stifte dazu, die genauso aussahen. Oder halt eben beispielsweise, man könnte auch Stabilos nehmen und sagen, pass auf, das sind die aus Amerika. Du bist die eine Seite, ich bin die andere, weil wir da nicht durcheinander kommen. Dann hätte die im Grunde mal mit zum Beispiel Eddings verwendet oder Stabilos. Genau, man könnte es, glaube ich, sogar umbauen auf andere Stifte, weil, diese ist auch wichtig zu wissen, diese Gimmicks hier drin, die Earpods, nee, Pods, sie hört sich an wie Earpods, aber nicht so ganz, E-Pods, E-Pods, nicht E-E-Pods, hier nennen sie die, sind hier in den Stiften drin oben und man kann die auch rausbauen und woanders einbauen. Sie haben auch eine Routine, wo das in Süßigkeiten eingebaut ist. Fand ich auch ganz cool, dass der Zuschauer halt aus Süßigkeiten auswählt und dann revealed man halt, welche Süßigkeiten der Zuschauer sich in die Tasche steckt. Also aufgrund dessen, was da drin steckt, ist es halt schon geil. Also ich war zuerst nicht so geil von der Idee mit den Stiften, weil die sind doch ein bisschen klobig. Ich sehe das halt eben auch gerne auf der Bühne. Dann fand ich das auch immer cool mit diesem, bei Penn & Teller war einer, der so eine Gummipuppe halt eben aufgeblasen hat und die hatte dann die entsprechenden richtigen Sachen noch. Man kann das schon groß spielen, dafür, dass das halt so ein kleines Ding ist. Die Urversion davon hat halt eben so einen speziellen Becher gehabt, wo eine Mikrowage unten drin war, wo die Stifte so einen Ticken leichter und schwerer waren, als die anderen und so hast du das bekommen. Man ist jetzt hier natürlich mega cool gelöst. Und auch, dass man das in was anderes einbauen kann, würde ich es mal anders einbauen. Ich glaube, ich hätte ein bisschen zu viel Bammel. Die Dinger umzubauen? Ja, hätte ich tatsächlich ein bisschen Bammel. Und wie gesagt, für diejenigen, die jetzt zum Beispiel Eddings verwenden wollen, weil sie sagen, das ist jetzt nicht so, könnten sie es machen, aber ich persönlich hätte da ein bisschen Respekt davor, bin ich ganz ehrlich. Aber ich finde sowas, es ist perfekt. Es kommt right out of the box, du kannst es mit dem Stift machen und für die ganz Individuellen, die sagen, sie wollen es umbauen, weil sie auf den Wert drauflegen, die können es sich umbauen. Das ist perfekt. Also das kann jeder damit machen, was er möchte und das ist wunderschön. Ich denke auch, dass diese Stifte bestimmt irgendwo zu bekommen sind, weil das ist wahrscheinlich, ich denke, das ist ähnlich wie Sharpie. Das ist in Amerika wahrscheinlich so der übliche Stift. Das wäre eigentlich mal, könnte man mal bei Magic Shop fragen, ob die vielleicht das mit ins Programm nehmen können, ein Set der Stifte normal. Das wäre eigentlich super sinnvoll. Dann könnte man das ganz einfach lösen, indem man sich die dazukauft. Ich denke auch, ich werde auf der Messe, wir werden es auf einer Messe mitnehmen, diese Routine machen, wo man die Stifte überall reinsteckt. Das kann ich mir für eine Messe ganz gut vorstellen, weil diese nicht Drawing-Dukup, diese Color-Match-Geschichte, ja, ist halt irgendwie recht, demonstriert es recht schön, aber naja, mal schauen. Ganz schön anstößige Folge, ne? Vorhin noch das Pusten, jetzt das irgendwo reinstecken, ich weiß ja noch, ob das in so eine richtige Richtung... Okay, tja, du musst dir so ein FSK-18-Ding einstellen. Die Review ist jetzt leider nicht mehr jugendfrei. weil ihr auch alles falsch versteht. Du machst ja auch... Lassen wir das, lassen wir das. Ihr tut die Stifte in eure Taschen deponieren. Oh, das ist gut. Okay, von der Bewertung her, Andi. Ich gebe dem 8 Punkte. 8 Punkte nur? Ich finde es gut, ja. Ich gebe mir 8 Punkte. Ich werde es, denke ich, verwenden auf der Messe auf jeden Fall. Und ich kann auch dazu sagen, der Effekt ist auch Hammer. Ich habe das in dieser Show, wo ich vorhin schon erwähnt habe, schon mal live gesehen. Bei meiner Schwester Daniela wurde das vorgeführt mit den Stiften, sie musste malen mit so einer Mentalroutine, wo sie Fragen gestellt wurde und dann halt die Farben waren. Es war Hammer. Also sie hat bis heute, da fand sie das überkrass, sie ist im Kopf geblieben. Also das ist ein super starkes mentales Werkzeug und es ist technisch perfekt umgesetzt. Ich gebe dem 9 Punkte. Das ist tatsächlich was, was ich definitiv in einer Show einbauen möchte. Ich hätte auch kein Problem damit, diese Stifte zu verwenden, weil wie gesagt, wenn die alle für eine Bühnenshow alle so in einem Glas drin stecken, sieht sowieso keiner und die sind Kids Color Washable. Ja. Ja, ist das. Genau. Ähnliche Gründe wie da. Wie gesagt, ich glaube, ich sehe mich da mehr performen als du. Wie gesagt, ich würde es auch gerne so groß spielen, beispielsweise wie mit dieser Gummipuppe halt, wie gesagt, Reveal. Es gibt auch welche, die dann quasi so ihr T-Shirt ausziehen und drunter haben sie dann die grüne Krawatte oder die grüne Fliege und das gelbe T-Shirt und Ding. Sowas kommt halt schon ganz cool an. Genau. Man kann es sehr groß spielen. Genau. Am Ende des Tages ist es einfach die Möglichkeit, Farben zu revealen, aber auch nicht mehr. Nicht zu revealen, aber matching halt. Ja, ich finde es zum Beispiel um den Vergleich zu den, deswegen ist es auch kein 10 von 10 Punkte Produkt für mich, den Vergleich zu den, ich finde jetzt die Würfel, die Mantle da ist, einfach universell einsetzbarer als Stifte. Also das hat, ja, das hat einen speziellen Anwendungsbereich. Genau, ich wollte das, das war mir auch wichtig. Okay, gut. Das war der Color Match von Toni Anderdi. Und das war es dann auch schon wieder mit der NGIME Magic Review für diese Woche heute mit zwei Bühnenprops, wobei das eine mehr ein Bühnenprop ist als das andere, das andere kann eins, muss nicht. Wahrscheinlich schon. Genau. Wenn euch eins von den Produkten gefallen hat, über die Links in der Beschreibung würde der Show helfen, würde der Managing Shop helfen und würde euch helfen. Und in diesem Sinne, bleibt magisch!